ARD Text im Auftrag von Funk Wo kommt denn die Mum? Achso, Riff? Hallo! Ja? Du darfst mich jetzt einladen Du darfst die Braut jetzt küssen Genau Äh, ok jetzt geht es sogar Oh geil Verdammt, der Rückschuss ist so krass Ja, da ist einer Bei mir sind zwei Stück Ich habe den sogar vertrieben Alles klar Wie viel hast du denn gemacht, dein Schaden? Ich keine Ahnung, der ist weggerannt Ok, ich habe den perfekten... So, jetzt muss der gleich wieder kommen Dann habe ich ihn wieder eins verliert Ja, dann... Dann passt du mit der MP5, ne? Ohmut, das war unnützig Wo ist der noch im Gang oder ist er noch draußen? Der ist noch im Gang Also... Der Kollege liegt da am Boden Und der selber... Ja, warum bist du rausgegangen, Ohmut? Ich wollte den unbedingt noch finishen Ja, ich... Ich wollte ihn noch unbedingt erklären Ich war Geier Nein, ok... Ich hätte jetzt nicht die Kamera aufgemacht, Chris Wahrscheinlich wird er wieder blieben Ich habe nicht aufgehört... Im Kicke leer, Troll Nooo Hahaha Der lässt er erst mal aufbauen, was ist das Magazin endlich, ne? Ich habe das verpeilt mit der Kamera Ich habe das verpeilt mit der Kamera Von wo, von wo? Von hinten, von hinten, von hinten, ja nicht von der Garage aus sondern dahinter. Wo bist du denn? Bist du, äh. Hast du was? Einen, aber es ist noch ein zweiter. Wo? Äh, genau da, genau da in der Send-Position, Final IQ. Von Lave kann der, genau, misst-geboot ist. Ja, er pusht. Ich muss in den Raum rein, beim, 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 beim. Ich hoffe du kommst nach, sonst ist es hier vorbei. Ist er, ist er. Das geht nicht mehr. Es geht. Alles ist möglich. Solange du wild bist. Ähm, VIP. Schauen wir mal hier vielleicht. Unbanded. W-A-P. 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 Also ich habe den Raum eingenommen. Beide Räume. Könnt ihr das B-Fenster aufmachen? Oh sorry. Ja, nein. Könnt ihr es aufmachen? Ist alles offen? Oder? Das B-Fenster. Achso. Der ist bei mir im Raum. Ich habe fucking Canneloni angeschossen. Komm, geh rein da. Leider Was ist denn die da hier? Ich hab den Scheiß Ganneloni, keine Ahnung auf wie ich floppy runter geschaffen, außer wir Aber wie ich einfach reingelaufen bin, ey Gott Das war knapp Siehst du Chris, wir haben das so super alles getan Ja, weil ich so optimistisch war Weil ich so optimistisch war Wir haben schon verloren, tschüss Gold 1 Und ich sag nein Um euch anzutreiben Siehst du denn wer MVP geworden ist? Ja, wegen mir Weil ich dir die Tür auch geöffnet habe Ohne mich wärst du immer noch draußen Wärst du in der Kälte und würdest frieren Hättest du schnupfen bekommen Mario Real Talk Was ist denn Hier Valkyrie Äh, hier Pink, mehr konnte ich nicht sehen War das Echo? Ja Das war Valkyrie Nice Mira ist reingepusht hier Einfaches Ja Hätte auch gereicht Ich weiß nicht, ob ich es schaffe Komm zu mir, komm zu mir, planten Ja, planten Du warst schon als das Fensterste Du warst schon als das Fensterste Mensch Mensch Hdb Sphir Sphir Los Was? Sie Es Sie Sie Ich habe keine Ahnung, wo die Bombe ist, ne? Ich bin oben unterwegs, dann kann die sein, dass sie hier unten runter ist. Ja. Ne, hier Küche. Oh Gott, oh Gott, von hinten! Hilfe, Hilfe! Die Chris, Chris. Wir haben mich geholt, keiner hat mich geholt, das verlobt die Scheisse! Nicht ab und weg, Chris! Pass auf, der links ist ein Montagne in dem Raum, ne? Boah, du bist super. Der kann dich auch sehen. Und mein Fenster! Was? Alter, was hat das für eine... Ha? What? Hat er in die Falle angelaufen? Ah... Shizzle my dizzle. Easy! Easy! Er schreibt einfach easy! Das war eine richtig krampfhafte Runde. Und er schreibt easy! Ja, das verstehe. Ähm... Das Problem ist halt einfach... Ich hab halt zu spät reagiert. Ich hab halt noch schnell meine Blitzsachen, äh... Also meine Bennett-Sachen gelegt. Weil ich halt Angst hatte, dass einer noch die Wand aufmacht hinter mir, ne? Ja, klar. Ich hätte halt nicht gedacht, dass der sofort Rheinrushed. Und ich hab mich umgedreht. Rheinrushed. 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 Ja, das hat sich so komisch angehört. Rheinrushed. Ja... Das ist wenn ich halt... Vorher die ganze Zeit versuche, irgendwie Englisch zu reden. Und dann wieder Deutsch. Dann mische ich das. Ich brauche nicht mit Sprachen, deswegen... Also schneller Wechsel ist für mich kompliziert. Das war... Das war ein Kriegsschrei. Ein Kriegsschrei? Ich dachte, er hat gerade ganz kurz aufm Tag redet jemandem. Aber es ist meine Drohne, die da auf dem Hof fliegt. Ich bin kurz am Telefon Ich liebe sie Die Treppe ist weg Ja, Ash ist oben auf jeden Fall Mindestens 2 habe ich gehört Die Treppe habe ich auf jeden Fall auch eingehört, also drinnen Ich kann ja noch mal schauen, ob ich da was sehe Ne, doch nix Das war Twitch Was? Äh Wird Aber jetzt Gedroppt zumindest Na was? Äh, Ash Ich schau wieder in die Treppe Sie ist runter, die Treppe runter Ach nee, doch nicht Oben Allerdings ist das nicht Äh, jetzt Das ist Finca erstens Und sie geht jetzt rein Also sie ist jetzt nicht mehr im Treppenhaus drin Jetzt doch wieder Sie schaut da gerade durch die Tür Also piekt so Jetzt kommt sie weiter Jetzt piekt sie auf dich sozusagen Ist jetzt vorne beim Schild irgendwo Richtung Skylight Boah, dieser Ja, ich bin tot Ja 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 Krass Irgendwo Bei dir da Auf jeden Fall nicht bei B drin Ne Gut Ok, gleich keine Ahnung 50 seconds La says Skylight oben Ja, ja, aber Ist gedroppt Ey Gute Runde Ich kann ihn nicht von Ich hab nur einer ab Es ist so Bullshit. Gott, eh? BITF! BITF! Wie? Wie? Ey, das ist doch Glück von... Wahrscheinlichkeit von... 0,000000! 0! 0! 0! 1! Ey, bist du gestorben, weil es gegen deinen Kopf gekommen ist, oder? Ja! Nicht durch das Gas, sondern weil er... Oh Gott, ey. Ah, wie geil. Wie? Ah, das war super. Woher ist die Rest? BITF! 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 Dich! Dich! BITF! 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 Was ist das Sensor? Das war das bei B, pass auf Nein! Da hast du sie gekillt! Ja! Big window drin! Reingeweppelt Nice! Ah! Endlich! Auf einmal da gehen die Kills, ne? Ja! Aha! Ah nein 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 nein! Leute! Wo seid ihr? Ah! Dankeschön! Warte, jetzt hab ich wieder Schock vor den Schocken von unserem Bete! Ich bin zum Glück nicht gestorben, ey! Mein Jägersystem, ich könnte kotzen! Hast du mich gerade wieder blitzen? Nein nein, das war alles die Bahn und die hab ich da! Sieh die? Ich glaub ich werd sie heiraten! Ich hab alle markiert für euch! Ich hoffe der Weg frech! Das war alles gleich! Also Jungs, warte! Nein, Umut bleibt zurück, wenn er mir gleich in die Flinte läufst. What? Als ob die Sonne weiter reicht. Umut würde ich eigentlich eher auf die Bombe achten, aber ok danke. Nein, nein, ohne dich macht das keinen Spaß. Dieser Kill ging jetzt nur an dich, Umut. Super, guck mal, hättest du das nicht gemacht? Michi musste alleine kippen, egal erstmal rein. Ich war eh jetzt verletzt, zum Glück hast du sie umgebracht, weil die Mira war auch verletzt. Das ist ne Pistole? Ja, die geht zum Toppen. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, die haben es verboten am Start. Die Achterwanne geht so ab. Ich denke sie mit der Gänse. Ja, die Bremse. Ja, die Bremse. Ja, die Bremse. Ähm... Du findest so keine Leidenschaft. Nein! Lass mich! Oh mein Gott! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR